Der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Freitag unter anderem ab 8.30 Uhr zur Seniorengymnastik 50 plus in die Begegnungstätte Grünerhain in der Hofelandstraße ein und um 10 Uhr steht im Lausitzbad das Seniorenschwimmen im Programm. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann am Freitag ab 15 Uhr in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz kann man sich am Freitagnachmittag bei einem Einsteigerkurs an der Gitarre ausprobieren. Das Ganze geht dort ab 16 Uhr. Ihre eigene Musik wie ein DJ auflegen und dazu tanzen können Mädchen und Jungen am Freitag im Jugendclub Haus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda. Start ist 15.30 Uhr. Und zum diesjährigen Foucault-Abend wird am Freitag ab 16 Uhr in das Gymnasium im Hoyerswerda Stadtzentrum eingeladen. Unter dem Motto Entdecken und Enthüllen kann das Schulleben mit seinen vielfältigen Aktivitäten und Angeboten erkundet werden.